ja leute ich bin's wieder und ich habe ein paar infos für euch und zwar wie ihr schon seht ich habe jetzt einen zweiten kanal beziehungsweise das ist jetzt mein kanal weil ich den anderen aus versehen gelöscht habe ja ganz schlau aber gut so schlau wie ich bin habe ich ja alle videos schön auf dem usb stick gespeichert und konnte die jetzt schon wieder hochladen ging relativ schnell irgendwie zwei tage und ja sind jetzt alle wieder auf diesem kanal schön alles bearbeitet und ja ich will ja mit minecraft let's play anfangen und ja folgende infos habe ich mal für euch und zwar werde ich vermutlich mit dem facebook texture pack arbeiten 32x32 das ist dieses hier und bis auf better enchanting mod werde ich auch keine mods verwenden vorerst ihr könnt natürlich welche vorschlagen und welche empfehlen zum beispiel optifine das werde ich vielleicht noch installieren mal sehen ansonsten war es eigentlich schon infos ja falls ihr sonst noch vorschläge zum minecraft display habt und mehr sagen wollt könnt ihr natürlich mal gerne machen ja ich wird auf harz auf 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 hardcore spielen und das ziel ist es den ender dragon zu besiegen ob ich das schaffe und wie lange ich dafür braucht das werdet ihr sehen ich habe bisher noch kein video aufgenommen aber ich denke mal nächste woche fange ich dann an falls ihr sonst noch fragen und vorschläge habt könnt ihr die auch gerne schreiben ja ansonsten war es von mir danke fürs zuschauen und bis dann tschau